Wir freuen uns auf die achte Folge vom Talk der offenen Tür. Und natürlich auch auf unsere fantastischen Gäste. Und die musikalischen Beiträge, ja. Und dann auch wieder auf unsere Originalstimmen. Talk.Dot aus dem Cocoon in Hamburg. Dann auch mit Schauspieler und Synchronsprecher Marek. Das bin ja ich. Da will ich gar nicht hin.